So, da habe ich dummerweise doch bei der letzten Folge doch auf Pause drücken gemacht. Ist jetzt nicht schlimm, haben 15 Minuten übergegen das jetzt. Das ist ein guter Folgenschnitt eigentlich mit dem Endgegner gewesen. Ich mache jetzt sozusagen weiter, habe jetzt eben kurz ein Gap gemacht, dann habe ich diesen Vorspann übersprungen. 2700, nice, 1300, das könnte alles in den nächsten, die nächsten 1-2 Runden könnten es machen, dass ich ein Level steige. Ja, aber ich würde sagen, ich penne hier noch. Durch die Luftlinge ist das so wundervoll. Okay, ich glaube als Fisch verwandeln, wäre natürlich auch geil. Durchs Meer oder so. So ein Ocean Dungeon. Benützen. Okay. Finde ich auf jeden Fall geil. Jetzt können wir glaube ich auch auf den Berg. Steuerung, beschleunigen, landen, Karte. Oh, ist das schwer. Ich muss wirklich sagen, das ist schwer. Okay. Kann man das spammen? Ich glaube nicht. Na gut, wir fliegen mal ins erste Neos. Können da oben jetzt drauf landen, natürlich, ne? Ja, landen. So, schauen wir uns mal um. Neos, oben auf den Berg. Also, wir können jetzt viele Positionen erreichen, die wir jetzt nicht erreicht haben. Ein Zyklop. Wow. Ich glaube, der gute Junge macht gleich Schaden auf uns. Deswegen hole ich mal seinen Bruder daher. Guck mal, er könnte Gruppen festmachen. Und ich will mal hoffen, dass es jetzt mit der Stimme etwas lauter ist. Ich habe jetzt ein bisschen aufgedreht, 10%. Aber das sollte eigentlich ganz okay sein. Zyklop. Wenn wir hier ein Zyklop sind, gibt es dann auch ein Zyklop für mich zum Kämpfen? Oder zum Team herbeirufen? Wäre natürlich interessant. Blutige Hände, Naschkatzen. Okay. Die versuchen wir mal. Ne, da versuchen wir mal. Zack, finde ich doch interessant. Das ist eigentlich eine ganz geile Option. Hier nehmen wir mal Kaboom. Und Multischuss. Jetzt versuchen wir mal, dass wir zu nahe ans Ende rankommen. Ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, dass wir dann doch da hinkommen. Jetzt kommen wir mehr und mehr so, dass es... Alter, ich weiß gar nicht, wann Endlevel ist, etc. Bin doch damals nie so weit gekommen. Deswegen ist das interessant für mich. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es weitergeht. Eventuell muss ich dann nachschauen, wie es weitergeht. Vielleicht erklärt sich auch vieles selber oder es führt uns automatisch hin. Nein, ich wüsste jetzt nicht, wo ich mit dem Vogel hin sollte. Ich würde jetzt natürlich alle Punkte durchgehen, wo ich nicht hin kann, wo ich nicht weiterkomme oder nie weiterkommen bin. Irgendwelche Landen, wo es kaum möglich heißt. Jessica und Angelo müssten jetzt eigentlich steigern. Schmorgel, jawohl. Ähm, er macht voll. Der Rest ist Sexappeal. Genau, der steigt jetzt auch. Der ist Stufe 36. Möchtet man, dass wir so End 40 haben? Ah, das könnte vielleicht gut hinkommen. Alle sind in den Bogen rein. Ah, er lernt den schimmernden Schuss. Den habe ich auch im Kopf, den schimmernden Schuss. Gold, Gold Wing. Ah, ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt noch was ist. Okay, mal schnell raus, wenn wir es benutzen. Hm, muss nicht sein. Schauen wir mal. Da hast wir auf jeden Fall, das ist im Baccarat. Und diese eine auf dem Berg existierende Schuss. Da ist ein Dorf. Ja, landen wir mal da. Da ist ein Dorf eingezeichnet, was ich nicht kenne. Was ist hinter uns? Da ist das irgendwo. Oh, da wird es jetzt hier neue Monster geben, oder was? Na gut. Fratzenfrösche. Warte mal, sind die alle in einem Team? Jawohl, die sind alle in einem Team. Das heißt, wir können eigentlich zaubermäßig Schmor machen. Wir können eigentlich totalen Damage da drauf ziehen. Ah, nee. Zurück den. Sie schön auf ihn ein. Was hat er bekommen? Schlummerfall. Da ist Schimmerschuss. Oh, was kommt denn jetzt? Was kommt denn nur bei Schimmerschuss, wenn er alles macht, oder? Das würde mich jetzt interessieren. Turbo. Äh, Turbo ruhig drin lassen. Natürlich kennen wir, dass es ein bisschen wieder leckt. Das ist nichts Neues. Oh, wir müssen sie unbedingt drehen. Tu sie mal bitte. What the fuck? Mit dem Flächenangriff. Wow. Alter. Was sich da neue Sachen ergibt. Das heißt, man könnte zack, kaboom, das machen. Boah, hoffentlich kriegt Jengis auch noch was. Ja, wenn Jengis jetzt auch noch was kriegt. Ah, heidwitzka. Alle vier Leute. Totalen Angriff auf sämtliche verschiedene Gruppen. Sensen. Humanität. Okay, hat nichts bekommen. Schade. Okay, dann müssen wir weiter. Okay, nächste Stadt. Hallöchen. Bist du kämpfbar? Wie geht's los? Ah. Ach. Das ist 3x da. Okay. Okay. Oh, warum würde ich weggehen, wenn ich einen Menschen sehe? Hat er natürlich recht. Haha, das heißt, er kann sich auf jeden Fall gefre- Warum muss ich mit ihm laufen? He- Oh... Nee, danke. Ein Retter. Ah, komm. Wie ihr die Fässer auch nehmt. Elfenlux hier, nice. Das glaube ich war Mana, Mini-Medaillen. Twode, 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 Twode. Jetzt pflücken wir erstmal. Schleimkrone. Moment. Das Internet hat mir was verraten. Oh, ich habe es zufällig gesehen. Schleimkrone. Können wir für irgend... Kann ich bitte das aufrufen? Hm, die hatte ich auf jeden Fall gesehen. Schleimkrone. Oder ein rostiges Schwert. Was ist das für ein Schwert? Das möchte ich nicht. Schleimkönig-Sperr. Ah, da ist Schleimkönig. Das sind Äxte. Die brauchen wir auch nicht. Ah, Rüstung. Rüstung, 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 Rüstung. So, ich denke, das ist dann schon wieder dabei. Und dann geht es, wenn, bei der Schleimkönig dir kommt. Sie können die Schleimkönig sind in der Schleimkönig. Untertitelung. BR 2018